herzlich willkommen zurück zu through the darkest of times wir sind hier mit unserer kleinen widerstandsgruppe in berlin unterwegs und versuchen eine große aktion zu starten ich habe mich noch nicht entschieden ob ich die oder die verfolge müssen erstmal ein bisschen gucken wie sich die sache hier entwickeln was überhaupt möglich ist und ja wir haben 54 moral 32 unterstützer und dann wollen wir jetzt mal sehen wie die nächste runde verläuft unser hauptziel im moment ist noch mehr unterstützer zu sammeln und geld und ja dann sehen wir mal haben zwei unterstützer verloren immer noch 30 unterstützer 9 mark haben wir gespendet bekommen anna schröder trifft sich mit einer akademikerin aus weißen sie und versucht herauszufinden ob sie bereit wäre herauszufinden bereit wäre mit uns zusammen zu arbeiten es stellt sich heraus dass sie das regime wegen seiner irrationalität und grausamkeit verachtet sie sagt es gibt ähnlich denkende in weißen see anna denkt allerdings dass sie gesehen wurde als nicht was daran so verdächtig sein soll ehrlich gesagt wenn man sich mit jemanden trifft in einer bar in lichtenberg trifft sich heinrich jan schwitz mit einer freundin und versucht vorsichtig herauszufinden ob sie bereit wäre uns zu helfen während des abends wird klar dass sie mehr als bereit sein würde unsere sache zu unterstützen sie will uns noch mehr menschen vorstellen die ebenfalls mitmachen wollen die beiden sammeln spenden haben 18 mark zusammen bekommen es gibt leute in unserer gruppe die schaffen das alleine also die beiden sind echt nicht so geeignet dafür erich friedrich trifft sich mit kollegen unseres unterstützers in köpenick und hat weitere fünf unterstützer zusammen bekommen macht in der summe immer noch fünf unterstützer eine moral haben wir verloren neues ministerium josef goebbels gründet das reichsministerium für volksaufklärung und propaganda sitze im reichstag bleiben leer gewählte abgeordnete der kommunisten sitzen in nazi gefängnissen oder werden am betreten des reichstags gehindert die bremer volkszeitung und schwäbische tagswacht sind die letzten spd-zeitungen die nun aufgrund des verbots beschlossen werden anna schröder fängt nicht vor dem treffen ab pass auf ich habe lange genug gewartet du hast immer noch nichts unternommen also muss ich jetzt mal klartext reden sie senkt ihre stimme was hast du mit daniela esser vor was meinst du damit was ich damit meine du willst mich so weit bringen es laut zu sagen nicht wahr sie ist homosexuell ja na und anna redet weiter ihre privaten vergnügungen interessieren mich nicht sie kann tun und lassen was sie will wenn es dir egal ist wo ist das problem na und frage ich anna schnaubt und fährt fort das problem ist jeder weiß über sie und ihre liebhaberin bescheid ja was geht dich das an mag sein aber ich verstehe immer noch nicht warum dich das stört sage ich jemand könnte sie damit erpressen und das ist allem das ist es was uns alle gefährdet erklärt anna ich muss meinen zorn zügeln soll ich auch alle juden aus der gruppe rausschmeißen anna schaut auf den boden alles sind die und roma alle kommunisten wen sonst noch anna schweigt nein natürlich nicht denkt dran wofür wir kämpfen und jetzt an die arbeit ja das hat dann jeder esser gefallen aber ich weiß immer noch nicht was dieses plus 5 minus 5 hier sein soll um gottes willen in weißen see das ist ja schon fast mehr hier oben also in weißen sie werden wir uns erstmal fern halten können wir sowieso im moment noch alles nicht machen weil jetzt so muss ich bücher verbreiten bücher verbreiten dazu brauche ich dazu brauche erstmal bücher bücher pakete wo kriege ich denn die jetzt her genau und auch das hier mit den büchern verkaufen und informationen kaufen na ok erfreulicherweise sind aber die anderen stadtteile bis auf jetzt tempelhof wieder einigermaßen sicher geworden anna muss sich ein bisschen vorsehen und auch dann jela also die beiden frauen haben sich irgendwie verdächtig gemacht gut also wir könnten jetzt hier sa aktivitäten beobachten ja das kostet geld das haben wir jetzt im moment noch nicht so viel aber was man hier schon sieht ist zum beispiel das nationale konservative hier sehr gut drin sind also das wäre jetzt wieder was wo man ihn gut gebrauchen könnte ansonsten geheimhaltung und empathie allerdings keinen sozialdemokraten am besten sie ist halt dadurch dass sie ein bisschen verfolgungsgrad hat auch nicht so geeignet dafür und ansonsten habe ich ja eigentlich nur sozialdemokraten drin das ist ja praktisch also eigentlich müssten die beiden das machen also ich werde das mal vorsichtig vorsichtig so erstmal so lassen mal gucken vielleicht fällt mir noch was ein paar holen auf mauern malen das bringt dass wir spenden in lichtenberg sammeln können und wir könnten eine werkstatt einrichten in der wir wiederum flugblätter drucken können bücher drucken können wäre also auch nicht blöd wenn man hier bücher verbreiten will kritische flugblätter das würde man dann hier auch machen dazu braucht man informationen sehe ich also braucht drei stapel papier und drei informationen davon haben wir erst eine und molotov cocktail na das wäre dann wenn wir hier hinten das machen wollen würden so was haben wir denn noch hier könnten wir ein ablenkerungs manöver machen wenn wir 60 mark hätten wir könnten mit christen sprechen allerdings ist ja dann jela erstmal anders beschäftigt also holen auf mauern malen das ist denke ich so das nächste das würde uns am meisten weiter bringen stärke und propaganda um gottes willen das sieht irgendwie gar nicht mal so gut aus hier das ist ein bisschen riskant jetzt überlege ich noch mal ob ich nicht vielleicht doch erst die pro rat parolen male und dann mich um diese sa aktivitäten kümmere ähm bei so einer alternative möglichkeit um spenden zu sammeln fände ich nicht verkehrt könnte nämlich dann wenn man hier wieder mal highlife ist stattdessen dann hier ausweichen beziehungsweise hier ist ja auch die chance für auf das was man bekommt viel höher also das fände ich schon irgendwie ziemlich geil man das machen könnte und wir haben ja schließlich die farbe nicht umsonst gekauft zweifelhaft vergangenheit eigentlich voll ihr ding aber sie ist halt ja bisschen gefährdet sportler ruhig leichtfertigt aktivist haben wir alles nicht also sie sollte man nicht da rein packen aber er hier mit seinem stärke wert wäre nicht so verkehrt und er hat einen hohen propaganda wert jetzt einfach mal ein bisschen wer am meisten bringt also er wäre jetzt auch nicht verkehrt weil er halt stärke und propaganda ganz gut ist wenn man denen das fahrrad mit gibt ich meine das ist schon fast eine garantie dass die entdeckt werden würde aber wirklich viele unterstützer bringen ja ich denke wir müssen dieses risiko eingehen unterdessen wird er weiter spenden sammeln und dann jela könnte nochmal versuchen mit christen zu sprechen das ist besser als nichts und wir hoffen einfach dass sie nicht noch mal entdeckt wird ansonsten müsste ich dann doch mal leute ins versteck schicken kann auch sein dass wir das nächste runde sowieso machen müssen weil die gefahr hier ja wirklich recht hoch ist gut dann schauen wir mal dass alles funktioniert unseren parolen wir haben 10 mark gespendet bekommen an jela trifft sich mit christen und sieben unterstützer sie wurde nicht gesehen sehr gut heinrich sammelt geld und zwar 17 mark allerdings denkt er dass er gesehen wurde schade nachts malt anna schröder parolen an die mauern in lichtenberg das garten zeugen deswegen wurden die jetzt auch alle gesehen da müssen wir natürlich aufpassen aber wir haben das durchgezogen wir haben viele parolen hingeschrieben viele leute haben das gesehen wir haben 16 unterstützer also eigentlich war es ein erfolg wir haben zwei moral gewonnen und 21 unterstützer tag von potsdam die eröffnungsfeier des neuen reichstags fand in der potsdamer garnisons kirche statt und wurde vollständig im radio übertragen die feierlichkeiten wurden in anwesenheit von reichskanzler hitler und reichspräsident hindenburg durchgeführt handelskrieg mit der tschechoslowakei zwischen der tschechoslowakei und deutschland herrscht ein handelskrieg berlin stellt den zahlungs- und reiseverkehr zwischen den beiden nationen ein arbeitslager eröffnet die nazis eröffnen in dachau ein lager zur umerziehung politischer gegner sie nennen es ein konzentrationslager anna schröder erzählt mir dass sie schwanger ist ich kann so nicht weitermachen ich habe angst um das baby sagt sie ich will die gruppe verlassen ja ich meine bei jungen frauen das ist natürlich abzusehen dass das irgendwann passiert schade aber ich würde sagen wir lassen sie gehen sie wurde jetzt eh schon häufig gesehen also haben wir damit eigentlich auch schon ein anderes problem gelöst ja ich verstehe dich viel glück für dich und das kleine sage ich danke euch auch viel glück sagt sie und verlässt den treffpunkt 5 moral anna schröder bekommt plus 10 irgendwas ja damit brauchen wir mal wieder neun unterstützer und verzieht also in lichtenberg ist die sache jetzt auch schon wieder etwas angespannt aber wir haben neue sachen die wir machen können blöderweise haben jetzt aber eine akademikerin mehr bei uns in der gruppe die sich um dieses hier kümmern könnte gut also das erste was wir sowieso machen ist jetzt ein neues mitglied zu rekrutieren geheimhaltung und empathie ist hier besonders wichtig wir nehmen ihn mal mit und ihn die beiden zusammen sollten das eigentlich ganz gut hinbekommen ich mit dem fahrrad überlegt ich werde es auch mal diesen beide nicht so gut im geld sammeln ob ich jetzt diese woche das einfach mal aus lassen die einfach mal hier hinten hin schicke aber gewerkschaftern haben dies jetzt auch nicht so um ehrlich zu sein mit akademikern na eigentlich auch nicht ne ok wir können sie natürlich noch mal mit christen sprechen lassen aber eigentlich ich meine mit den unterstützern läuft es eigentlich gerade ganz gut oder ob man einfach die beiden mal hier hinschicken oh man das risiko das ist jetzt wirklich enorm das würde ich mal besser sein lassen zumal hier ja auch einfach das grundrisiko schon recht hoch ist ja was machen wir denn denn also ich ich versuche einfach dass die beiden hier mit dem gewerkschafter sich treffen reinigen dorf dann nehmen wir doch den anderen ich meine eigentlich ist es egal oder ich bin so unentschlossen ich weiß nicht so richtig was ich mit denen machen soll weil sie sind halt für keine von den aktionen jetzt wirklich richtig gut geeignet jetzt mal abgesehen davon dass sie mit christen sprechen kann das kann sie natürlich machen aber ich das führt jetzt erstmal halt nichts zu was die beiden klar die könnten natürlich jetzt auch auch wirklich versuchen mal was zu machen ach ich glaube das ist vielleicht wirklich nicht die schlechteste variante wenn die beiden hier versuchen die sa aktivitäten zu beobachten das kann natürlich auch total in die hose gehen aber wir müssen hier gewisse risiken eingehen ansonsten kommen wir ja gar nicht vorwärts also würde ich sagen es wird spannend denn die beiden werden die sa aktivitäten beobachten und wir freuen uns hoffentlich auf ein neues mitglied in der nächsten woche 16 mark haben die uns gespendet mensch also viele unterstützer bringen halt auch viel geld ne dann schauen wir mal in die beiden uns jetzt präsentieren also wir könnten eine zahnärztin haben dies aber anarchistin oder einen arbeitslosen freiberufler der sozialdemokrat ist davon haben wir ja fast gar keine oder eine monarchistin eine näherin okay von den werten her ist ja was brauchen wir denn besonders allgemein wissen haben wir nur ihnen der gut ist da wäre sie jetzt die beste wahl allerdings ist sie halt in den anderen sachen auch nicht so also ich bin jetzt eigentlich eher so wieder bei was ausgleichend aber anarchisten ich meine kann auch seine vorteile haben jemanden so im team zu haben ne also in geheimhaltung sind die alle nicht so der hit aber das ist jetzt auch in dem team jetzt nicht so das große problem empathie ist auch okay bei uns würde jetzt auch nichts was noch besser wäre hier reinkommen außer seinem propagandawert der wäre natürlich interessant charlotte schröder ob das jetzt irgendwie die schwester ist von ihr ach ich glaube wir nehmen einfach sie das macht dies aber noch ein bisschen spannender georg hoffmann verfolgt der sa in köpenick um mehr über die ihre pläne zu erfahren er findet heraus dass einige von ihnen gerne in einer kneipe in köpenick herumhängen einer von ihnen liegt regelmäßig ein und verbringt die ganze nacht dort wir haben eine information und wir wurden nicht gesehen das ist ja perfekt drei moral gewonnen meine güte richtig gut ermächtigungsgesetz beschlossen der neue reichstag verabschiedet gegen die stimmen der sozialdemokraten das ermächtigungsgesetz jetzt kann reichskanzler adolf hitler gesetze ohne den reichstag beschließen hitler juden sind hier sicher hitler weist alle vorwürfe in ausländischen zeitungen zurück in deutschland bestehe keinerlei gefahr für juden ja ich glaube das hat zu der zeit schon so ein bisschen anders aus es will rundfunk aufräumen es kündigt eine politische säuberung des öffentlich rechtlichen rundfunks und der medien an ab dem ersten april sendet das deutsche radio täglich von 19 bis 20 uhr eine stunde in der nation unter der leitung seines ministeriums vor dem treffen wirkt erich friedrich abgelenkt und ist ungewöhnlich still ach er ist jetzt wohl erst hier derjenige wir haben jetzt natürlich einen neuen zweiten mann hier was ist los erich er schaut auf es geht um meine frau sie ist die ganze nacht nicht nach hause gekommen was wenn die sa im spiel ist was wenn sie gefangen ist wir werden ihm natürlich helfen keine sorge wir halten zusammen beruhige ich erich wir werden sie suchen und finden wir können uns jetzt auf die suche nach der frau von erich friedrich machen das wäre hier oben das wäre hier oben okay charlotte schröder ist eine idealistin also zahnärztin archistin idealistin das ist mein hauptquartier also komme ich wieder hier rein was können wir denn jetzt machen wir könnten hier in sa uniform stehlen nicht verkehrt muss ich sagen oder wir könnten hier oben uns die suche nach der frau von erich friedrich machen sollte man auch recht bald machen wir haben ja nur zwei runden dafür okay ich glaube darum kümmern wir uns zuerst um das braucht auch 30 mark also gut da muss dann gleich wieder jemand spenden sammeln gehen geheimhaltung und empathie brauchen wir da ist er der beste man für aber er ist sozialdemokrat nationaler konservative das ist eigentlich sein ding hier anarchisten sind nicht gut sozialdemokraten sind nicht gut aber sie hier hat halt nicht so die wahnsinns geheimhaltung mal was mehr bringt da ist die gefahrhöhe dann nehmen vielleicht die einfach das fahrrad mit und wir hoffen dass sie was rausfinden und sie wird mit sich mit der akademikerin treffen das sollte absolut unproblematisch sein ja da wäre sie jetzt einer chistin jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt aber er ist ja sozialdemokrat das sollte also auch problemlos funktionieren und er ist auch sozialdemokrat kann ich ihn sich vielleicht einfach mit dem anderen treffen lassen hier ne warte mal ich brauche noch einen der geld sammelt das risiko ist hier echt krass dann würde ich sagen wir machen das erstmal noch hier das vielleicht hat sich das nächste runde hier soweit entspannt dass wir dann hier mal spenden sammeln gehen können ja also wir haben noch zwölf runden also eigentlich elf bis wir soweit sein müssen weil wir in der allerletzten runde müssen wir das natürlich gemacht haben und wieder das oder das gut die aktivitäten müsste man hier noch beobachten um an der sa uniform zu kommen und wir bräuchten natürlich noch einen weiteren ort wo wir eine sa uniform her bekommen das sehe ich jetzt noch gar keinen wahrscheinlich schalten wir das hier hinten irgendwie frei so ich versuche kurz mal ein bisschen durchzurechnen bis wann wir uns entscheiden müssen quasi also für die kritischen flugblätter müssen wir einmal die werkstatt einrichten das wird eine runde dauern und dann müssen wir diese flugblätter drucken die informationen könnte man sich vorher schon parallel beschaffen aber das wären eigentlich möglich sagen wir mal das in vier runden ungefähr hin zu bekommen dass man alles zusammen hat bisschen papier haben wir ja schon das einzige problem ist so ein bisschen wir sind jetzt mit dem allgemeinwissen nicht so wahnsinnig gut aufgestellt propaganda schon also für sie wäre das eigentlich das ideale sie würde das hinbekommen wir mal gucken in der nächsten runde wie viel das kosten würde bei dem hier das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor denn es gibt hier verschiedene hürden die wir meistern müssen das erstmal müssen wir noch einen dritten ort finden und dann muss man hier die sa aktivitäten beobachten bei diesem hier und dann zweimal noch eine sa uniform stehlen also das sind bestimmt drei runden also das wird mehr zeit kosten auf jeden fall deswegen ich weiß noch nicht genau vielleicht bekommen wir ja das gleiche angezeigt wo wir die sa uniform herkriegen und wie viele schritte bis dahin möglich sind dann würde ich mir langsam überlegen was wir anpeilen so wir haben 16 mark gespendet bekommen 52 unterstützer heinrich sammelt geld aber da war ein zeuge er sich wieder beruhigt aber er wurde wahrscheinlich gesehen georg hoffmann hört sich bei unseren kontakten um und besucht alle kneipen in denen sich mitglieder und anhänger der sa treffen in der hoffnung den aufenthaltsort von erich friedrichs frau zu erfahren wir hatten leider halt einen der verdacht geschöpft hat und der hat ihn jetzt auch gesehen aber ja sie haben das durchgezogen und haben herausgefunden dass die sa jemanden gefasst hat der der beschreibung von erich friedrichs frau entspricht charlotte schröder schrift sich mit einer akademie gern in spandau eine weitere unterstützerin und erich friedrich trifft sich mit einem gewerkschafter mal wieder gibt es einen zeugen aber wir verstecken uns diesmal leider musste er das abbrechen schade es ist samstag und ich bin auf meinem weg lebensmittel fürs wochenende einzukaufen als ich auf den laden zukomme sehe ich schon von weitem dass irgendetwas nicht stimmt vor dem haus hat sich eine menschenmenge versammelt darunter einige männer in der braunen uniform der sa ich gehe näher an den laden heran um zu sehen was da los ist drei braunen hemden stehen am eingang und halten selbstgemachte schilder hoch jemand hat einen david stern und das wort jude auf das schaufenster gepinselt die farbe ist noch nicht trocken auf den schildern steht deutsche wehrt euch und kauft nicht bei juden und achtung deutsche die jüdischen besitzer sind schmarotzer am deutschen volk der eigentümer dieses geschäfts ist der jude nathan schmidt eine frau versucht den laden zu betreten aber eines der braunen hemden schickt sie weg ich schaue mir die leute an die herumstehen und scheinbar warten was als nächstes passiert okay ich kann jetzt leute ansprechen eine mutter die ein kinder an der hand hält also könnte mir vorstellen dass jemand der mit seinem kleinen kind unterwegs ist vielleicht nicht unbedingt über so unangenehme sachen sprechen wird ein mann im anzug oder eine ältere frau können sie mir sagen worum es hier geht frage ich einen gut gekleideten mann der wohl nicht aus diesem stadtteil kommt sagt er und sieht mich wütend an diesmal flüstere ich und frage erneut was ist hier los warum blockieren die hier den laden es passiert im moment überall sagt der mann ich komme gerade aus der friedrichstraße dort ist es genauso die stehen vor allen jüdischen geschäften und auch vor ärzten und anwälten ich habe keine ahnung was sie vorhaben einige dieser händler gibt es schon seit jahrzehnten warum sind sie hier eigentlich sagt der mann hatte ich mit herrn schmidt dem einhaber ein geschäftstermin aber es sieht nicht so aus als ob ihm das heute passen würde also werde ich wohl gehen diesen worten dreht er sich um und geht ich frage mich wenig als nächstes ansprechen soll sprechen wir mal die ältere frau an was ist hier los frage ich eine ältere frau diese juden kriegen jetzt was sie verdient haben antwortet sie einer der sa männer schaut mich an wieso frage ich was sind unsere feinde schreit die frau juden sind unser unglück wer glauben sie bekommt denn das geld das deutschland als kriegsschuld zahlen muss genau die juden kriegen das ganze geld aber jetzt werden wir uns wehren wir werden es ihnen heimzahlen schwer verblendet würde ich sagen ich schaue mir die leute an die herumstehen und scheinbar warten was als nächstes passiert aber ich würde sagen wir gehen jetzt mal zum laden die sa schläger fangen an zu grünen deutschland den deutschen raus mit den juden ich will den laden betreten aber eines der braunen hemden versperrt mit den weg wollen sie denn hin schreit er mich an dich nichts an die augen starr gerade ausgerichtet gehe ich an ihm vorbei und betrete das geschäft niemand hält mich auf drinnen brauche ich einen moment um mich an die lichtverhältnisse zu gewöhnen jemand steht in der hintersten ecke des raumes und beobachtet mich hallo ist da jemand ich möchte gerne einkaufen hallo sagt eine weibliche stimme sind sie sicher ich glaube nicht dass es den männern draußen passen wird wenn sie hier etwas kaufen egal was denen passt ich brauche lebensmittel und würde sie gerne hier kaufen wenn es sie es mir erlauben wie sie möchten sie tritt an die theke was hätten sie gerne ich gebe ihr meinen zettel und sie packt alle einkäufe in meine tasche ich gebe ihr das geld es tut mir wirklich leid was man ihnen antut sage ich sie antwortet nicht ich verlasse den laden mit allen einkäufen braunhemden sehen mich hasserfüllt an aber niemand behelligt mich ich trage meine lebensmittel nach hause und denke dabei darüber nach was ich gerade gesehen habe die schilder die braunhemden die passanten die armen ladenbesitzer wo soll das alles hinführen zu hause angekommen bin ich immer noch zittrig vor angst zustände in diesem land werden immer bedrohlicher ja wir müssen was tun wir können jetzt natans laden besuchen okay das waren minus fünf moral für die woche boykott der jüdischen geschäfte die nazis rufen zum boykott aller jüdischen geschäfte in ganz deutschland auf himmler befördert heinrich himmler wurde zum polizeipräsidenten von bayern ernannt 10.000 preußen verhaftet seit februar haben preußische polizei und sa mehr als 10.000 menschen verhaftet und in schutzhaft genommen in regulären gefängnissen gibt es nicht genug platz viele werden in provisorischen lagern gefangen gehalten ich habe neuigkeiten sagt erich friedrich ich weiß nun wo meine frau ist ja das haben wir ihm doch sehr erzählt oder das ist doch eine gute nachricht wo steckt sie denn erich atmet schwer dsa gehälte gefangen im raum wird es still an die arbeit also leute an die arbeit sage ich wir wissen wo sie eingesperrt ist es ist unsere pflicht sie da rauszuholen wir können jetzt die frau von oh mein gott frau von erich friedrich befreien hier oben offenbar dann können wir natans laden besuchen wir könnten in eine ausstellung gehen das würde uns moral bringen das ist also die für den fall dass die moral hier zu niedrig wird können wir das hier machen und das habe ich auch noch nicht gezeigt das tanzen in der giraffe bringt 50 moral ist also noch ein bisschen effektiver wir könnten medikamente kaufen okay kann sicherlich nicht schaden weiß ich aber nicht ob wir das jetzt so direkt brauchen also allerdings ist so der verfolgungsgrad meiner leute so ein bisschen hoch geworden aber hier haben wir diese sa uniform und das ist wie ich ein bisschen befürchtet habe man muss hier noch einige schritte gehen also ist aktivitäten aber dafür müssen bücher verbreiten ja woher soll ich jetzt die bücher nehmen also erstmal bräuchte ich bücher dafür und sobald ich die bücher habe hätte ich noch drei runden ist sich die sa uniform haben hätte dann das heißt spätestens in runde also wenn ich noch wenn ich noch vier runden über habe müsste ich hier anfangen können es wären jetzt auch sieben runden ist möglich dass man das schafft würde ich mal behaupten bis dahin könnte man natürlich hier sich mal um diese sachen kümmern allerdings hatte ich jetzt alle so ein bisschen verfolgt sind würde ich vorher gerne die halt ins versteck schicken und wir haben halt auch noch diese sache mit der befreiung würde 20 moral bringen aber die das risiko ist natürlich groß also ich würde sagen dass wir die leute die den größten geheimhaltungswert haben das sind diese hier dass wir die jetzt tatsächlich mal ins versteck schicken weil wir die einfach gleich brauchen dann müsste einer spenden sammeln gehen das könnte man hier oder hier machen ich erhoffe mir von hier ein bisschen mehr sie würde 32 bis 40 die würde auch weniger was wir geschickt hier bezahlen ärztin los kann als anarchistin und idealistin eine ganze menge locker machen von denen was macht sie auch spenden schicken würde sie tatsächlich machen also könnten jetzt richtig viel geld sammeln diese runde damit wir für die weiteren aktionen genug geld haben wir sehen in der nächsten runde wie es weitergeht ob es uns gelingt die frau von erich friedrich zu befreien und ob es uns gelingt die sa uniformen zu stehlen ist dann macht's gut eure miri